Ja, also ein herzliches Hallo und Willkommen. Ihr seid hier mal wieder bei 3V in dem Mobilmakler mit Herz und heute ein Video für euch, eine Videonachricht, wenn ich das so sagen darf. Und ja, ich habe mal so ein kleines Bild hinten eingeblendet einer Wohnung, die wir in Sachsen-Anhalt über einen Geschäftspartner zu vermieten haben. Also wer Interesse daran hat, in Sachsen sich zu verewigen und ja, eine Wohnung sucht, meldet euch gern bei mir. Ich leite dann den Kontakt entsprechend weiter. Ja, aber das heutige Thema ist keine Wohnungsvermietung, sondern das heutige Thema ist, ja, wie soll ich das sagen? Wir haben uns mal wieder bei allen, die uns lieb sind, bedankt. Mit einer Dankeschön-Postkarte. Und ja, ihr Lieben, also ich habe mir diesmal besonders viel Mühe gegeben und nicht nur wegen dieser Postkarte, sondern ich habe wirklich jede einzelne mit der Hand beschriftet. Also jede einzelne und jeder einzelne hat so einen schönen Text bekommen. Ihr seht es hier vielleicht so ein bisschen. Und ihr könnt euch das nicht vorstellen, aber ich habe fast 400 Postkarten mit der Hand geschrieben. Und also ich wundere mich, dass die Hand noch funktioniert. Und ja, also wenn ihr eine Postkarte bekommt, dann freue ich mich. Wenn ihr sie nicht bekommt, dann heißt es natürlich nicht, dass wir euch nicht lieb haben und dass wir euch nicht ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Start ins Jahr wünschen. Natürlich wünschen wir euch auch einen schönen Start. Aber jetzt nach 400 Postkarten, ich fahre einfach K.O. Ich hätte wahrscheinlich noch gute 300, 400 mehr schreiben können. Aber der Text, beste Gesundheit, eine angenehme Zeit und einen tollen Start ins Jahr 2021 wünscht dir Ihnen, wie auch immer, dein 3V-Immobilienteam. Das möchte ich jetzt hiermit nochmal ganz herzlich ausdrücken. Habt eine angenehme Zeit, ein besseres 2021 für diejenigen, die in diesem Jahr wirklich benachteiligt waren. Ich freue mich von euch auch im nächsten Jahr wieder zu hören. Seid dabei, wenn es dann auch wieder heißt, hier ist euer Immobilienmakler mit Herz, Boris Winkel, demnächst auch als Investment Coach für Eigentum, als Investment Coach für Immobilien, für euch da. Und ja, bleibt gesund, bleibt dran und ich freue mich von euch zu hören. Bis dahin. Ciao.